Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Januar 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Bilg. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 32 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 500 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017